Scromax, London, die Suche, von Semmy Lausanne, gelesen von Alexander Wilk. Prolog Etwas stimmte definitiv nicht. Wo war sie nur gelandet? Red blinzelte. Neonlicht flutete das fensterlose Großraumbüro. Ihre Augen, die den Raum hektisch scannten, passten sich extrem langsam der jähen Helligkeit an. Nach und nach gewann die unerwartete Umgebung Kontur. Rechts standen drei Serverschränke, zum Teil verglast. Daneben brummte eine überdimensionierte Rechenanlage. Reds Blick glitt über sechs ordentlich in einer Reihe aufgestellte Chaos-Schreibtische. Auf ihnen türmten sich Laptops, einige blinkende Geräte, Kabelsalat und Krimskrams. Sie sprang auf den größten Schreibtisch. Ein Flackern lenkte ihren Blick nach oben. An der Decke waren zwei Überwachungskameras installiert und gingen ihrer Arbeit nach. Die rechts über der Tür war kurz davor, sie ins Visier zu nehmen. Red transmäxte, ohne zu zögern. Den Bruchteil einer Sekunde später scannte die Kamera den Schreibtisch und im Überwachungszentrum wurde, wegen einer aus dem Nichts aufgetauchten roten Kugel, Alarm ausgelöst. Karlsruhe Der Vibrationsalarm des Handys setzte ein. Es surrte leise und pulsierte unter Chrissys Kopfkissen. Sie war sofort hellwach. Nick, ihr kleiner Bruder, drehte sich im Bett über ihr auf die andere Seite. Brummelnd zog er die Decke über den Kopf und igelte sich ein. Chrissi blieb ruhig liegen. Fünf Minuten später stand sie auf, zog lautlos die Tür des Gästezimmers hinter sich zu und schlich barfuß in Omas Arbeitszimmer. Sie setzte sich an den Schreibtisch, schob den Papierkram beiseite und klappte das Notebook auf. Während der Mac hochfuhr, schaute sie auf die Uhr. Eine Stunde nach Mitternacht. Das passte. In London war es Punkt Null Uhr, die Zeit, zu der sie mit Raymond im Chat verabredet war. Chrissi lockte sich ein. Raymond war nicht online. Das war voll daneben. Sie betrieb nachts so einen Aufwand, um den Kerl zu erreichen, und er kreuzte nicht auf. Naja, vielleicht hat es seine Bandprobe länger gedauert als geplant. Sollte sie warten oder zurück ins Bett? Eigentlich musste sie ja früh raus. Chrissi warf einen Blick auf die Chatliste. Einige ihrer Freunde waren in den Ferien extrem nachtaktiv. Ihre Finger huschten wie von selbst über die Tastatur. Die nächste halbe Stunde verging auch ohne ein Lebenszeichen von Raymond rasend schnell. Um kurz vor zwei gab sie auf und schrieb ihm, alias Green Day, eine Message. Hi Green Day. War zur verabredeten Zeit hier. Wo steckst du, Penner? Wir wollten doch noch einiges abchecken. Wichtige Info. Meine voraussichtliche Ankunftszeit in Liverpool Street ist 12.30 Uhr. Versetz mich nicht, sonst... Meine Handynummer hast du ja. See you. Es blinkte unten im Eck. You have one new message, Master. Krächzte der Mac. Die Computerstimme heilte in Chrissis Ohren. Oma wurde wohl langsam schwerhörig. Sie zog den Lautstärkeregler runter und lauschte in die Wohnung. Kein generftes Schimpfen, kein verdächtiges Geraschel, kein Tapsen von Füßen. Nur die vertrauten Nachtgeräusche. Die Message kam von Aqua. Hallo, endlich! Ich hab diese abgefahrene Animation für dich. Schau sie dir gleich an, sei auf alles gefasst und bleib cool. Aqua. Vor ein paar Tagen hatte er sie aus dem Nichts geedit und ohne Punkt und Komma zugetextet. War witzig. Aqua war komplett verquer. Typisch Computerfreak. Chrissi war gespannt, ob seine Clash-Animation echt abgefahren über den Monitor fegte oder ob der Kerl nur kolossal angab. Sie klickte auf das Start-Icon. Von links glitt ein blauer Punkt über den Bildschirm. Klein und schillernd. Im Zeitlupentempo wurde er größer. Die Pixel verdichteten sich zu einer Mädchenfigur. Sie trug ein bodenlanges Gothic-Kleid und sah aus wie ein aufgemotztes Model aus einem Darkwave-Katalog. Allerdings stimmte die Farbe nicht. Sie schwebte, nein, nicht wirklich, sie floss über den Bildschirm. Ihre blaue Haarmähne war abartig tupiert und wogte bei jeder Bewegung um den schmalen Körper. Sie winkte Chrissi mit geschmeidigen Bewegungen heran. Die Oberfläche des Monitors reagierte auf die Geste, kräuselte sich und schlug Wellen. Es sah geil aus. Chrissi beugte sich vor und berührte die Schwingungen. Sie fühlten sich echt an. Cool! Konnte aber nicht sein. Chrissi strich mit dem Finger über die Animation. Die verlor sofort an Dichte, wurde transparent und verschwand im Wellenmeer. Gischt spritzte auf. Ein äußerst lebendig wirkender Arm schoss aus dem Monitor und packte Chrissis Zeigefinger. Wie von einer Tarantel gestochen, zog sie ihre Hand zurück und katapultierte das Mädchen aus dem Bildschirm. Dabei häutete es sich. Das Kleid und die Haare blieben zurück und ein Ninja-Püppchen in Jeans mit streng zurückgebundenem Zopf baumelte an Chrissis Finger. Blitzschnell hangelte es sich an Chrissis T-Shirt hoch und verschwand in ihrem Haar. Hey! Chrissi sprang auf und schüttelte sich. Nichts fiel herunter. Sie sprintete ins Bad und starrte in den Spiegel. Nichts. Sie packte ihre Haarmähne und knetete sie unsanft durch. Auch nichts. Sie klopfte ihren Körper von Kopf bis Fuß ab. Wieder nichts. Das blaue Ding hatte sich in Luft aufgelöst. Perfekter Trick. Allerdings ein Tick zu echt. Sie linste ein letztes Mal an sich herunter. Ihr Blick wanderte nach oben und blieb angenervt an ihrem Spiegelbild hängen. Dich kann man ja leicht an der Nase rumführen, raunte sie ihm zu. Nichts und niemand schlüpft aus einem Bildschirm. Aqua hat es dir doch gesteckt. Sei auf alles gefasst. Und er hat nicht zu dick aufgetragen. Das Indigo-Mädchen ist geil. So lebendig. Voll peinlich. Du hast für einen Augenblick geglaubt, dass die Anima der Cyberworld entwischt ist und an der frischen Luft herumgurkt. Gut, dass es niemand mitgekriegt hat. Sie wandte sich ab, schlich zurück ins Arbeitszimmer, tippte den Rest ihrer ID unter die Message an Raymond und drückte auf den Absende-Button. Baden-Air-Park, Freitag, 6 Uhr Chrissy schaltete beim ersten Rappeln den Weckalarm des Handys aus und ratzte weiter. Oma polterte wenig später vehement an die Tür. Chrissy, aufstehen! Wir fahren in 15 Minuten! Im Halbschlaf schaute Chrissy auf die Uhr, erschrak und sprang aus dem Bett. Sie verschwand kurz im Bad, schnappte ihren Waschbeutel und stopfte ihn mit den restlichen Sachen in den Trolley. Oma hupte ungeduldig vor dem Haus. Chrissy huschte schnell noch einmal zurück ins Gästezimmer und kramte ihr Handy unterm Kopfkissen hervor. Auf der Autobahn war um die Uhrzeit noch wenig los. Omas alter Citroën tuckerte auf der Überholspur und rauschte an den LKWs vorbei. Chrissy döste und öffnete ihre Augen erst, als der Wagen in die Einfahrt des Airparks bog. Die Morgenssonne blendete. Oma hielt auf dem Haltestreifen vor dem Terminal. Guten Flug! Grüß alle von mir! Ich fahr gleich zurück, sonst lande ich im Berufsverkehr. Sag mal, Chrissy, ist alles in Ordnung? Du wirkst so unausgeschlafen. Kommst du auch wirklich allein zurecht? Ich? Auf keinen Fall, antwortete Chrissy gähnend. Oma schaute sie verdutzt an. Soll ich etwa mit? Quatsch! Ich komm schon klar. Chrissy drückte Oma einen Kuss auf die Backe, stieg aus und holte ihr Gepäck aus dem Auto. Die frische Morgenluft wirkte wie eine kalte Dusche. Tschüss und danke fürs Bringen, verabschiedete sie sich blinzelnd. Die Schlange am Check-In war kurz. Nur eine Familie mit zwei aufgedrehten Kindern. Chrissy hiefte ihr Gepäck auf die Eincheckwaage und legte ihr Ticket und den Perso auf den Counter. Sie reisen allein? Fragte die Angestellte der Fluggesellschaft, während sie die Daten checkte. Chrissy nickte. Haben Sie die Einverständniserklärung Ihrer Eltern dabei? Klar, ein Moment. Chrissy zog das Dokument aus ihrem Rucksack. Chrissys Familie flog häufig. Ihr Vater musste jobbedingt immer wieder ins Ausland und nahm seine Familie so oft wie möglich mit. Seit der Einschulung, die schon ewig zurück lag, war sie etliche Male solo geflogen. Anfangs hatte sie immer eine Sonderbetüttelung erhalten. Sie wurde einer Stewardess übergeben, die Chrissy am Zielflughafen bei einer autorisierten Person, meist Oma, ablieferte. Aber das war Schnee von gestern. Oder korrekter, von vor vorgestern. Die Frau überflog das zerknitterte Schreiben und scannte es. Geht in Ordnung. Sie müssen spätestens in 50 Minuten am Gate C sein. Die Handgepäckregeln kennen Sie sicher. Keine Flüssigkeiten, Nagelscheren, Taschenmesser. Genaue Angaben stehen auf dem Zettel. Sagte sie und reichte Chrissy die Unterlagen. Chrissy leerte an einem unbesetzten Schalter ihren Rucksack. Nick hatte schon einmal eine Flüssigkeit aus seinem Chemiekasten unter ihre Sachen geschmuggelt. Diesmal war alles okay. Sie ging zur Handgepäckkontrolle, zog ihre Uhr und den Gürtel aus und legte beides in die Wanne auf dem Förderband. Die Schuhe bitte ausziehen. Wir haben immer noch die höchste Sicherheitsstufe. Alles, was lose ist, wird geröntgt, monierte der Sicherheitsbeamte und deutete auf eine weitere Schale. Chrissy bückte sich, löste die Schnürsenkel und pfefferte ihre Schuhe in die graue Plastikwanne. Zum Schluss legte sie ihren Rucksack auf das Band. Schnell schritt sie durch das Schleusentor. Es piepste. Chrissy hielt inne. Sie trug absolut kein Metall am Körper. Schon pirschte eine Bedienstete des Sicherheitspersonals auf sie zu. Haben sie Nieten oder Schnallen an der Hose? Chrissy schüttelte den Kopf. Haben sie vielleicht noch Münzgeld in der Hosentasche oder eine Hüftgelenkprothese oder Schrauben im Körper? Nein. Tja, dann kommen sie mal mit, sagte die uniformierte Frau und wies Chrissy in eine offene Kabine. Sie nahm einen Metalldetektor und suchte mit schnellen Bewegungen Chrissys Körper ab. In Kopfhöhe piepste es. Die Frau hob die dunkle Haarmähne hoch. Manchmal lösen Haarspangen den Alarm aus, erklärte sie. Schließlich klopfte sie Chrissy von Kopf bis Fuß ab. Alles in Ordnung, sie können ihre Sachen holen. Die Kontrollen dienen nur zu ihrer eigenen Sicherheit. Danke und guten Flug. Chrissy nickte, ging angenervt zu den Schalen und schlüpfte in ihre geröntchten Schuhe. Der Warteraum an Gate C war voll. Sie trippelte mit knurrendem Magen auf und ab. Endlich tönte aus den Lautsprechern. Alle Reisenden des Fluges B56772 nach London werden gebeten, zu Gate C zu kommen. Das Boarding beginnt. Das war Teil 1 von Scromax London Besuche. Alle Hörbuchteile zum freien Download auf scromax.de